Hey Leute, ich bin's, MacPyverick. Ihr wollt zum ersten Mal fliegen oder seid das erste Mal am Flughafen und ihr wisst nicht genau, wie die Abläufe funktionieren? Keine Sorge, in diesem Video hier zeige ich es euch. Auf euren Reiseunterlagen findet ihr die Abflugzeit und auch die Flugnummer. Nun schaut ihr auf einen der Monitore nach den Flugzeugen, die abfliegen. Hier schaut ihr nun nach der Abflugzeit und auch nach eurer Flugnummer. Wenn ihr eure Flugnummer gefunden habt, könnt ihr genau sehen, an welchen Check-in-Schalter ihr euch anmelden müsst. Dort meldet ihr euch jetzt mit euren Reiseunterlagen an und gebt euer Gepäck auf. Nun bekommt ihr hier die Flugtickets ausgehändigt. Auf dem Flugticket findet ihr das Gate, an dem das Flugzeug auf euch wartet und ihr findet auch die Boarding-Time, die sogenannte Zeit, wann ihr ins Flugzeug herein könnt. Bevor ihr zum Gate geht oder durchgelassen werdet, müsst ihr euch noch einer Sicherheitskontrolle unterziehen. Hier gibt es immer verschiedene Bestimmungen, je nachdem, in welchem Land ihr seid und an welchem Flughafen ihr seid. Wenn ihr dann am Gate angekommen seid, wartet ihr einfach, bis ihr aufgerufen werdet und in das Flugzeug hinein könnt. Und schon geht die Reise ab. Wenn ihr dann am Zielflughafen gelandet seid, geht ihr immer erst einmal Richtung Gepäckrückgabe. Auch hier zeigt euch wieder ein Monitor anhand der Flugnummer, wo ihr euer Gepäck findet. Euer Gepäck könnt ihr dann von dem entsprechenden Förderband wegnehmen. Wenn ihr euer Gepäck dann habt, stellt sich noch die Frage, ob ihr etwas zu verzollen habt. Wenn ihr nichts zu verzollen habt, könnt ihr einfach durch den grünen Bereich durchgehen. Wenn ihr etwas verzollen müsst, dann müsst ihr euch im roten Bereich melden und euer Gut oder eure Ware dort anmelden und verzollen. In jedem Land gibt es da andere Einfuhrbestimmungen. Informiert euch da vorher beim Auswärtigen Amt. Auch die Einreisebestimmungen sind unterschiedlich. In der Europäischen Union reicht es, wenn ihr mit dem Personalausweis reist. In Nicht-Europäischen oder Nicht-Ländern der Europäischen Union braucht ihr einen Reisepass. Und in anderen Ländern zum Beispiel braucht ihr auch mal ein Visum. Erkundigt euch auch hier beim Auswärtigen Amt und dann kann schon nichts schief gehen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann. Euer Mac Peverig. Sagt bis dann.